Dass wir bis jetzt noch nicht wirklich großartig Glitches hatten, das finde ich gut. Ich hoffe, das bleibt so. Alles leer und verlassen bis jetzt. Kann ich mir eigentlich... Es gibt eine Legende, sehe ich gerade. Alpha, Beta und Gamma-Verschlüsselung gibt es. Ach herrje. Aber eigentlich wollte ich... Das wollte ich sehen hier. Black Mask gefangen, Arkenflügelstrom wiederhergestellt, 77% untersucht, 38%. So, hier haben wir noch gar nichts gemacht, dafür war es schon 88%. Und hier fangen wir jetzt gerade erst an. Gut. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir wissen ja schon, hier, das Ding können wir nicht öffnen. Verschüttungscode Beta wird gebraucht. Müsst du mir erzählen, dass ich hier schon rein kann? Halt, was? Diese verstärkte, was? Ist der Haupteingang? Na gut, dann... ...hinein in die gute Stube. We are... ...sleeping. Ah, es geht doch so gut los. Fußspuren auf dem Boden. Tote Leute? Ich sehe tote Menschen. Der Joker ist los. Zählen die Indizien auch als Geheimnisse? Oder sind das noch extra Dinger? Ne, ich mag das Hacken. Gefällt mir besser als in den anderen Spielen. Was ist das da schon wieder? Das Gerät könnte durch einen elektrischen Stoß aktiviert werden. Uns fehlen also noch zwei Gadgets. Einmal der Seilwerfer, das wissen wir ja. Und irgendwas, womit wir elektrische Schocks verursachen können. Oh oh. Hä? Wie zur Hölle hat der das gemacht? Diese Wache befindet sich in einem geistig verwirrten Zustand, wodurch das Joker-Gas ausgelöst wurde. Joker-Gas? Ah, ich wusste es doch. Ach, muss ich erst analysieren. Ja, komm hier. Klapp an der Zähne, die vom Joker zurückgelassen wurden. Sie explodieren... Uah! Sie explodieren, soweit sich jemand nähert. Aber es war doch so klar, dass wir für den Joker hier Zähne zerstören müssen. Wir haben übrigens nicht alle Masken gefunden und auch nicht alle Pinguine. Schade eigentlich. Ach du Scheiße. Schade eigentlich. Hallo, valued guest. Ahahahahaha! Sie lieben was ich hier gemacht habe? Ich bin nicht ziemlich gut. Ich bin sicher, dass du mehr von meinen... ...improzessen wirst. Ich bin nicht mehr weg, Joker, und nicht auch du. Du gibst mir die Kötz für die Kryptosequenz und wir will das hier enden. Nein, ich glaube nicht. Ich gehe nach dem Warden, um zu Ende meine Alterungen zu reparieren. während du findest den Warden findest. Ich werde dir nicht sogar nachdenken. Das ist wie großartig ein Host ich bin. Der Warden ist in der Konferenz. Er ist... ...tied in einem Gespräch. Und die Tempere sind hoch. Es ist ein Explosives, könnte ich sagen. Ich glaube wir haben Post. Ich habe gerade noch mal erlebt, es macht sowieso Sinn, den Pinguin als letztes zu erledigen, weil der Pinguin bewacht ja den Arkham-Flügel. Black Mask hatte die Stromversorgung dahin. Und der Joker hat die Zugangscodes. Das heißt, ohne die Zugangscodes kommen wir da eh nicht rein. Von daher sollten wir sowieso da als letztes hingehen. So, was haben wir da oben? Nur noch mal so für mich intern so ein bisschen Logik. So, einmal runter bitte. Dann kann ich da hoch. Okay, das war einfach nur unfair. Wieso fährt die Kamera nicht weiter hier? Ich vermute mal da hoch ist irgendwas extra. Drei Richtungen. Ich gehe erstmal hier hoch. Da sichern wir uns mal den Rückweg, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, die ist dahinter auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Wie komme ich denn da noch hin? Oh, da ist wieder ein Geheimnis. Schön, dass die mir auf der Karte gezeigt werden. Hätte er mir jetzt an der Stelle gesagt, ich brauche die Bad Claw, wenn ich die noch nicht hätte. Ich gehe einfach mal da oben gucken. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Da unten müssen wir dann auch nochmal durch. Aber da kommen wir wahrscheinlich auf dem Rückweg dann lang. Ähm. Gut, ich gehe nochmal zurück. Ich will nochmal gucken, wo der dritte Weg hinführt. Dass wir das schon mal auf der Karte haben. Okay, das führt in die Richtung, in die ich gehen soll. Ähm. Da ist der Anstaltsleiter. Ja, aber wir haben doch noch eine zweite Quest, ne? Wir sollen doch den Seilwerfer auch holen. Pass mal auf, ich gehe... Ich kann mich echt nicht entscheiden. Da oben geht es bestimmt zum Seilwerfer. Einfach, weil wir da nicht hinkommen ohne den... Ohne die Bad Claw, die wir ja bei Pingu in dem Gebiet gekriegt haben. Von daher, weil wir hier relativ zügig wieder hinkommen. Ich gehe doch hier lang. Ja, Unentschlossenheit, ich weiß. Tut mir leid. Ohne die Bad Claw, die wir ja bei Pingu in dem Gebiet gehen können. Ich kann nicht über die Gäste gehen. Okay. Hat sich erledigt. Wir brauchen so oder so den Seilwerfer. Das habe ich mir schon gedacht, dass das da oben irgendwo ist. Und dann hätten wir ja die Option, den Pingu in weiter zu verfolgen, wenn wir wollten. Ich glaube, das will ich noch gar nicht. Ich glaube, den mache ich wirklich als letztes. Schade Zeit. Du hast nur auf dem Tag, dass die Prisade für Bats gelesen hat. Was? Oh verdammt. Wah. Und jetzt? Wah. Mach auf, mach auf. Wah. Ui. Äh. Da sage ich jetzt mal gar nichts zu. Oh, das war knapp eben. Habt ihr gesehen? Unsere Giftleiste hier oben. Eine sichere Position, um die Umgebung zu überblicken. Hui. Und noch eine. Die verbrannten Trümmer, was? Sehen zerbrechlich aus. Ah, stopp. Ähm. Ja, hier wären wir ohne die Bad Claw nicht weitergekommen. Das heißt... Seine erstes, wie geht's jetzt weiter? Hier durch oder da oben auf den Vorsprung? Eins von beiden führt wahrscheinlich wieder zu irgendwelchen... Upgrades werden, was? Suck! Ach ja, der joker. Aha. Und das führt irgendwo ganz anders hin. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Boah, es ist verwirrend, wenn man so viele Wege auf einmal hat. Ich mein, ich weiß, ich hab ja am Anfang über die Linearität aufgeregt, aber da konnte man sich wenigstens nicht verlaufen. Und jetzt kann ich wieder nicht zurück, oder was? I'll kill the crap out of you? Wirklich? Hat er das wirklich gesagt? So, jetzt kriegen wieder ganz viele Leute ganz mächtig aufs Maul. Du hast meine Kombo versaut, du Arsch. Du kannst doch nicht einmal blocken. Komm, hier, der auch gleich. Mann, das hätte eine 30er-Kombo werden können, wenn ich's nicht verkackt hätte. So, ich kann also jederzeit wieder da zurück. Was ich, glaub ich, auch gleich nochmal mache. Bevor ich hier irgendwo hinspringe, wo ich nicht wieder her kann dann. So, da kann ich hoch. Was bringt mir das? Gar nichts. Ohne den Boden zu berühren. Guck mal, Mama. So, dann gehen wir hier oben nochmal rein. Ich will jetzt nochmal gucken, wo dieser andere Vorsprung hinführt. Einfach auch, damit ich so ein bisschen einen Überblick kriege, wo wir eigentlich überall hin können. Nein. Aus. So. Aber ich meine, ist die Steuerung schon ein bisschen... Da will die mich ärgern. Bad Claw? Oder Explosion? Nicht Bad Claw? Nicht Explosion? Ist ja langweilig. Hier ist der Fahrstuhl angekommen. Hier ist also der Joker durch. Ah, hier werden wir nicht weiterkommen. Ich höre Zähne. Hier irgendwo. So. Darüber geht es dann weiter nach oben. Boah, ist das... So viel Bewegungsfreiheit hatten wir in den anderen Gebieten aber nicht. Hier ist ein Hinweis. Das sehe ich so schon. Der Joker ist los. Zwei von vier. Es wäre ja schön, wenn wir wenigstens einen von diesen Fällen mal zu Ende bringen können. Damit ich weiß, was das eigentlich bringt. Aber ich habe da noch nicht so viel Hoffnung. Ich finde es gut, dass die Zähne auch zählen, wenn... Die uns quasi... Direkt im Gesicht explodieren. Äh, ja. Da mal versiegelt. Das heißt... Hier kommen wir dann wahrscheinlich auf dem Rückweg durch. Und wir müssen wirklich erstmal da den anderen Weg gehen. Aber es ist immer besser, es zu wissen, als wenn man es nur vermutet. Und hat da jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet. Boah. Nicht ganz runter. Dann kommen wir ja wieder zurück. Diese bedrohliche Musik, die ist ganz nett. So, hier hatten wir jetzt zwei Wege, ne? Da kann ich auf jeden Fall durch. Das führt uns... zu so einem Fragezeichen wahrscheinlich. Ob es hier auch wieder so einen Subboss gibt? Die anderen beiden Gebiete hatten ja jeweils einen Subboss und dann den Hauptschurken. Also zumindest soweit ich das jetzt beurteilen konnte. Da komme ich doch nicht rüber, oder? Ah, da drüben. Kleine verschlossene Weintake-Kiste. Hier müssen wir nochmal wiederkommen, wenn wir den Seilwerfer haben. Ha, 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 he, 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 ho. Du kannst es gerne versuchen, mein Freund. Wäre nicht das erste Mal. Ich weiß immer noch nicht, was diese Dornen auf dem Boden sollen. Machen Gefängnisse das so? Ja, voll so lustig und Zeugs. Ich lache mich tot. Was vielleicht auch genau das... ...was er erreichen will. So, ich kann mich hier fallen lassen. Ich kann da durch und ich kann hier hoch. Ich gucke erstmal, wo wir hier hinkommen. Zu einer Tür, die nicht aufgeht. Ähm... Ich würde ja sagen, wir gehen erstmal hier durch den Schacht, ne? Weil wenn ich mich da fallen lasse, das sind zwei Kerle. Wie komme ich denn da hinten hin? So, jetzt warte ich kurz. Der da rechts dreht sich bestimmt gleich wieder um. Dreht sich bestimmt gleich wieder um. Ah. Dann können wir die nämlich jetzt gleich beide erledigen. Und dann ist der, äh... ...die brüchige Decke quasi ein Shortcut, um wieder da hochzukommen, oder wie? Ich denke, wir haben, was es braucht. Vorsichtig und zack. Nein, nicht aufmachen. Ja, schön, Konsole ist aktiviert. Äh... Spreng erstmal die Decke weg. Ob das die beiden auch ausgeschaltet hätte? Naja, gut. Retten wir mal die armen Leute. 4-4 ist schon mal richtig. Nein, es ist 4-4-8. Guten Tag! So, geht's jetzt hier durch weiter? Oder muss ich jetzt hoch zur Tür? Ist die jetzt offen? Wir werden's herausfinden. Das muss auf Dauer ganz schön auf die Knie gehen. Uah! 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 Woher kommt mein Relief? Uah! Ich werd' gesehen, ich werd' gesehen, ich werd' gesehen. Uah! Uah! Nanananananananananana... Das war doch mal souverän! Wenn man bedenkt, wie scheiße ich hier diesen einen Raum da gemacht hab' mit den zwei Leuten. Uah! Uah! So, was gibt's denn hier? Ach so! Uah! Der Kronleuchter hängt an einem leicht durchtrennbaren Kabel. Ja! Ich hab' hier so viele Möglichkeiten und ich einfach so wusch, wusch! Und fertig! Ist hier drüben noch was? Bevor wir die Wachen jetzt befreien? Anscheinend nicht. Aber wo lang geht's denn dann weiter? Wahrscheinlich durch die Tür da oben dann. Äh, in dem anderen Raum. Wollen wir noch 9-1 hier. Komisch, dass die immer kaputt gehen. Und sehr schrecklich. Wollte ich, dass es ein Gas war. Aber es hat nicht. Das ist ein Gas! Oh nein! Äh... Ah! Schnell weg hier!